Part 9 spielen wir jetzt von Let's Play Black Mirror und ich habe seit dem letzten Part ein bisschen nachgedacht und wir haben ja hier eigentlich alle abgegrast, um zu erfahren, wie denn die Öffnungszeiten von dem Merry sind. Keiner konnte es uns sagen und wir haben aber, glaube ich, erfahren, dass der Mark abwechselnd für den Merry und für den Herman, den Dr. Herman, arbeitet und deswegen jetzt mal meine Idee, zu dem Herman zurückzugehen. Oh, da ist eine Weide, sehe ich gerade erst. Eine Trauerweide. Ist die neu oder habe ich die bloß nicht gesehen gehabt? Kann man eigentlich nicht übersehen, oder? Ja, sie sieht nicht aus, als würde sie noch lange überdauern. Sie hat aber schon Jahrhunderte überdauert. Willow Creek verlassen. Genau, Willow Creek, da sind wir jetzt, gehen wir mal nach Black Mirror zurück und gehen wir mal geschwind zu dem Herman in die Bibliothek. Ich werde jetzt nicht hier mit allen reden, weil ich glaube, dass das so ein Versuch, Einzelversuch ist, weil wenn nicht, dann müssen wir doch, oder dann würde ich doch zurück nach Willow Creek gehen. Herman, wo hast du dich versteckt? Da ist er. Können wir dich nach Mark fragen, Herman? Herman hat versprochen, dass der Bote Williams' Paket um genau sieben Uhr zum Haupttor bringt. Ich muss pünktlich dort sein. Aber ich kann nicht mit ihm reden. Herman hat versprochen, ich muss... Nee. Schade, das war nur so eine Theorie. Gut, dann gehen wir nach Willow Creek zurück. Dann muss da irgendwo die Lösung sein für, ähm, Marys Öffnungszeiten. Wir könnten jetzt vielleicht noch den Robert fragen, ob er es weiß, aber ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich. Dann wahrscheinlich. So. Hallo? Da lang? Hier ist das Tor. Wo geht's zur Karte? Hier geht's zur Karte. So. Äh, hallo? Ach, wir können auch zur Kirche von Warm Hill. Ah, da könnten wir den Pfarrer und den Totengräber befragen, oder? Ah. Diebmeier. Sonst kann ich aber nirgendwo hin. Die drei Orte sind es wohl, oder? Vielleicht taucht hier ja noch was auf. Also dann gehen wir doch mal zur Kirche von Warm Hill. Warmer Hügel. Die Pfarrkirche von Warm Hill. Eindeutig. Zum hinteren Friedhof. Da hören wir auch schon jemanden buddeln, oder? Haupteingang. Kirche betreten. Oh, sehr imposant. Sollen wir gleich zum Friedhof gehen? Der Haupteingang ist geschlossen. Er wird nur sonntags geöffnet. Ich muss den Seiteneingang benutzen. Okay. Das heißt, wir wissen, dass es jetzt nicht Sonntag ist. Äh, dann gehen wir doch mal zum hinteren Friedhof. Hallo? Ist da jemand? Grabsteine. Zu Williams Grab. Die in den Steinen eingemeißelten Namen sind nicht mehr lesbar. Mhm. Alter Baum. Seine Äste breiten sich traurig über die Gräber aus. Mhm. Mehr ist hier aber wohl nicht zu sehen. Zu Williams Grab. Ja, da gehen wir mal hin. Mhm. Gruft. Das Grab von Jeremy Gordon. Ich weiß nicht mehr genau, wie sein Vater hieß. Grabstein. Samuels Vater, meine ich. William Gordon. 1903 bis 1981. William wird auf ewig in diesem kalten Grab ruhen. Ich werde die Wahrheit aufdecken. Und wenn ich dafür durch die Hölle muss. Oh. Samuel. Das klingt sehr melodramatisch. Halt. Was haben wir hier wieder? Eine Gruft? Eine Familiengruft. Ich weiß nicht einmal, wer darin begraben ist. Jetzt ist natürlich die bittere Frage, wo könnte denn die Catherine begraben sein? Ich glaube, das wollen wir unserem Samuel List lieber nicht zumuten. Wie komme ich denn hier wieder raus? Da komme ich raus. Okay. Zur Kirche. Gehen wir mal in die Kirche. In die Church. In die Warm Hill Church. Hier aber wieder jemanden buddeln. Tuck, tuck. Tuck, tuck. Ah, Momentchen. Da geht es aber weiter. Da ist der Totengräber. Totengräber. Momentchen mal. Bevor ich mit dir spreche. Noch kurz rumsehen. Also ne, hier ist bloß noch die Kirche. Reden wir mit dir, Totengräber. Guten Tag. Haben Sie Zeit für ein kurzes Gespräch? Na, wenn du so frägst. Ich habe es nie eilig. Im Gegensatz zu allen anderen hier. Ich bin an der Geschichte dieser Kirche und dieses Friedhofes interessiert. Ich glaube, Sie sind der richtige Ansprechpartner. Vielleicht. Ich arbeite seit vielen Jahren für Pater Frederic. Ich kenne alle Namen auf den Gräbern. Was wollen Sie wissen? Oh, sehr viele Sachen. Kirche von Worm Hill. Sagen Sie, wie alt ist diese Gemeinde? Niemand weiß das Alter genau. Aber Friedhof und Kirche sind viel älter als alles andere hier. Vor langer Zeit hat man hier Ketzer beerdigt. Es heißt, dass es unter dem Friedhof ein Tunnelsystem gibt, wo die Seelen der Unschuldigen umherwandern und nach einem Ausgang suchen. Wissen Sie, in den Jahren hier habe ich eine Menge gesehen, aber... Zum Beispiel? Tja, es ist lange her. Aber vor einigen Jahren hörte ich etwas wie die Stimme eines Kindes in der Entfernung. Es hat gestöhnt. Und Verse gesungen. Zuerst dachte ich, es wäre nur Einbildung. Aber dann konnte ich meine Neugierde nicht zähmen. Da bin ich nach draußen gegangen und habe es gesucht. Ich bin der Stimme gefolgt. Aber je näher ich kam, desto leiser wurde die Stimme. Vielleicht war es nur ein Kind, das in der Nähe gespielt hat. Um zwei Uhr früh? Das glaube ich nicht. Außerdem, sehen Sie sich um. Hier sind überall Gräber. Hm. Aber das ist lange her. Ich habe keine Ahnung, was es war und... Ich will es auch nicht wissen. Ich weiß nicht mal, warum ich Ihnen das erzählt habe. Haben Sie die Stimme je wieder gehört? Oder etwas Ähnliches? Ich habe Ihnen schon genug gesagt. Erzählen Sie niemanden davon. Ich möchte nicht wie ein alter Narr dastehen. Oh, das war schon mal sehr, sehr unheimlich, Leute. Okay. Pater Frederick. Sie haben gesagt, Sie kennen Pater Frederick seit vielen Jahren. Was können Sie mir über ihn erzählen? Pater Frederick ist der gütigste Mann, den ich kenne. Er hat mich als Weise aufgenommen und wie einen Sohn aufgezogen. Dafür werde ich ihm bis ans Ende meines Lebens dankbar sein. Und ich werde hier sein, um ihm zu helfen, solange ich kann. Aber wenn Sie mit ihm reden wollen, werden Sie warten müssen, bis er vom Besuch in der nächsten Grafschaft zurückkommt. Ich verstehe. Danke. Oh, der ist gar nicht da. Reden wir über den Totengräber selbst. Auch ein weisen Kind, genauso wie der Typ auf dem Foto. Interessant. Sagen Sie, wie heißen Sie eigentlich? Ich? Ich bin für alle nur der Totengräber. Pater Fredericks Totengräber. Und es macht mir nichts aus. Sie sind ein Gordon, richtig? Ja, Samuel Gordon. Also sind Sie der Enkel von dem alten Mr. William? Ja. Ich habe Sie beim Begräbnis gesehen. Natürlich. Kannten Sie William? Nein, nicht persönlich. Aber ich habe ihn ab und zu gesehen. Er hat manchmal die Kirche besucht. Wie oft? Nicht so oft, aber wenn er kam, hatte er es immer eilig. Als ob er wüsste, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Hat er je mit Ihnen gesprochen? Nein. Wie gesagt, ich kannte ihn nicht sehr gut. Aber er hat mit Pater Frederick gesprochen, nicht wahr? Da müssen Sie den Pater selbst fragen. Das mache ich. Danke. Wenn er aus der Grafschaft wieder da ist, dann reden wir über den gerade aufgetauchten William mit ihm. Ich habe gehört, dass Sie manchmal gesehen haben, wie William am späten Abend zur Kirche kam. Stimmt das? Wer hat Ihnen das gesagt? Das ist nicht wichtig. Also, stimmt es? Ich möchte nicht darüber reden. Ich will keinen Ärger. Was auch immer Sie mir sagen, es bleibt unter uns. So richtig weiß ich nicht, ob ich Ihnen vertrauen kann. Aber, da Sie ein Gordon sind, sage ich Ihnen, was ich gesehen habe. Alle, die den alten Sir William kannten, hielten ihn für einen Spinner. Bitte, das soll keine Kränkung sein. Und später, als er niemanden mehr sehen wollte, ging es mit dem Tratsch so richtig los. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie das, was ich Ihnen als nächstes erzähle, nicht für eine Erfindung halten. Reden Sie weiter. Das erste Mal habe ich ihn hier vor sechs Monaten gesehen. Ich saß in meiner Hütte, wollte gerade ins Bett. Da habe ich ein Licht gesehen. Jemand ging auf die Kirche zu. In den 20 Jahren, die ich hier arbeite, ist niemand so spät am Abend gekommen. Also ging ich nach draußen, um zu sehen, was los war. Ich sah, wie jemand in einem dunklen Mantel gehüllt zwischen den Gräbern auf und ab ging. Er ging tief gebeugt. Er suchte etwas. War es William? In dem Moment hatte ich keine Ahnung, wer es war. In der Dunkelheit konnte ich sein Gesicht nicht sehen. Er war ungefähr 20 Minuten lang hier, lief herum und murmelte vor sich hin. Was hat er gesagt? Tja, ich habe ihn aus der Ferne beobachtet. Es war nicht zu hören. Und was passierte dann? Die Kirchentür öffnete sich und er ging gleich darauf zu. Ich bin ihm vorsichtig gefolgt. Pater Frederick stand in der Tür. Es kam mir so vor, als hätte er diese Person erwartet. Erst dann erkannte ich, dass es Sir William war. Ich war jetzt nahe genug, um seine Stimme zu hören. Er und der Pater führten ein langes Gespräch. Und dabei fuchtelte Sir William wild mit den Händen herum. Schließlich gingen sie hinein. Das war alles, was ich gesehen habe. Wissen Sie sonst noch etwas? Ich stecke meine Nase nicht in anderer Leute Angelegenheiten. Na gut, danke, dass Sie mir das erzählt haben. Ich habe es Ihnen nur gesagt, weil Sie Sir Williams Enkel sind. Jetzt gehen Sie bitte. Ich muss meine Arbeit hier zu Ende machen. Warum hat William sich mitten in der Nacht mit Pater Frederick getroffen? Nachdem er den Friedhof durchsucht hat. Hm. Sehr seltsam. So, Kirche. Darf ich mich in der Kirche umsehen? Sie müssen warten, bis Pater Frederick wieder da ist. Bis dahin bleibt die Kirche abgeschlossen. Aber Sie konnten sie doch aufschließen, oder? Spielt keine Rolle. Sie bleibt abgeschlossen, wie Pater Frederick es angewiesen hat. Och, Menno. Ich gehe trotzdem mal hin. Aber das ist alles... Die Kirche ist abgeschlossen. Ja, war ja klar. Hm. Ja gut, dann war das jetzt mal ein kurzer Besuch hier in der Kirche von Wormhill. Moment, kann ich eigentlich... Ich kann jetzt nicht gehen. Nicht? Ich kann jetzt nicht gehen. Warum nicht? Ich suche nur noch hier mal. Ob es hier irgendetwas gibt, was ich übersehen habe. Hm. Grabstein. Grabstein. Nö, sieht nicht so aus. Okay. Kann ich denn jetzt gehen? Halt, Momentchen mal. Hätte ich dem Typen dieses Foto zeigen können? Ich glaube zwar nicht. Das hier. Nee, das geht nicht. Kann ich ihm irgendwas anderes zeigen? Eine Münze. Nein. Nein. Hm. Das hier. Nein. Nee, hier ist nichts. Ich verlasse das gastliche Wormhill. Oder sollte ich eher sagen, das ungastliche. Denn, äh, wir können ja hier nicht in die Kirche rein. Äh. Hallo? Ach, ich kann jetzt hier gar nicht gehen, oder wie? Ich kann jetzt nicht gehen. Ach, ich kann gar nicht gehen. Äh, das ist ja seltsam. Da geht's nicht rein. Ähm. Ähm, ähm. Was mache ich jetzt hier? Ich bin jetzt ehrlich etwas ratlos. Ich versuche mal, an dem weiterzugehen, aber da kommt nichts mehr. Oder? Nee. Ich rede mal noch mal mit dir, wenn es geht. Ah. Ist Pater Frederick inzwischen zurückgekehrt? Nein, ist er nicht. Es ist eine lange Fahrt von Winshire hierher. Vor morgen kommt er nicht wieder. Morgen? Ich würde gerne... Sie würden gerne in die Kirche, aber ich habe schon gesagt, das geht nicht. Jetzt gehen Sie. Das hier muss sich vor Einbruch der Dunkelheit erledigen. Es ist sieben Uhr. Ich sollte zum Haupttor zurückkehren. Wenn Herman sein Wort hält, wartet sein Helfer dort auf mich. Ah, jetzt geht er automatisch. Ah. Sie sind Dr. Hermans Aushilfe, stimmt's? Ich bin nicht Dr. Hermans Aushilfe. Ich arbeite nur ab und zu für ihn. Sie sind Samuel Gordon, oder? Ich muss etwas abliefern. Ja. Geben Sie es bitte mir. Ja, warum nicht? Mir ist es sowieso egal, wer Sie sind. Ich soll dieses Paket dem geben, der um sieben an diesem Tor steht. Damit ist mein Job erledigt. Nehmen Sie das, dann kann ich gehen. Warten Sie einen Moment. Sind Sie Mark? Ja, das bin ich. Warum? Harry hat gesagt, dass Sie in unserem Garten gearbeitet haben. Gelegentlich, ja. Na und? Ich habe eine Frage zu William Gordon. Was können Sie mir von ihm erzählen? Hm. Nichts. Ich kannte ihn kaum. Ich habe nur im Garten gearbeitet. Ich habe es eilig. Wollen Sie sonst noch etwas? Nein, danke. Gut. Dann bis dann. Wiedersehen. Hoffentlich finde ich das, wonach ich suche. Hoffentlich. Mhm. Schachtel. Du alte Schachtel. Aha. Darin sind nur eine Uhr und ein paar Habseligkeiten. Okay, die Uhr haben wir scheinbar gekriegt. Ich mache sie auf. Hier hat William irgendetwas angemerkt. Oh, sehr spannend. Eine Anmerkung. Und Papierfetzen. Für meinen vergesslichen Kopf. Der Weg zum Schlüssel beginnt in der Bibliothek. Bei meinem Schreibtisch. Versteckt unter dem blauen Vorhang der ungeschriebenen Worte. Blauer Vorhang der ungeschriebenen Worte. Äh, okay. Also müssen wir in die Bibliothek, wenn ich das richtig übersetze. Das war jetzt ja mal der leichte Teil dieser Nachricht. Aber blauer Vorhang der ungeschriebenen Worte. Ich versuche dann jetzt natürlich auch noch mal gleich mit Herman zu reden. Mit Dr. Herman. Oh, Dr. Herman ist weg. Also dann zum Schreibtisch. Äh, noch ein zweiter Samuel, bitte. Ah, hier. Blau. Das ist blau. Hinterer Abschnitt, ja. Wir müssen schon... Blauer Vorhang der ungeschriebenen Worte. Das ist die Chronik von Schloss Wormhill. Tintenfass. Sind das... Ah, ist das der blauer Vorhang? Ungeschriebener Worte. Unter dem Tintenfass ist ein Knopf. Ich versuche ihn zu drücken. Komm, drück mal. Okay, das ist jetzt wohl nicht die Minibar, sein Geheimschrank. Da ist eine Art Schachtel. Die nehme ich. Noch eine Schachtel. Mhm. Aus Hartholz gefertigte Modelle der Planeten unseres Sonnensystems. Ah, und das muss ich doch da hinten einsetzen. Wo war denn dieses Globus-Rätsel da? Da hinten, oder? Da war der doch. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, nachdem das wahrscheinlich ein bisschen länger dauert, bis ich mich an die ganzen Planeten erinnere, das machen wir dann im nächsten Part von Let's Play Black Mirror. Ich glaube, wenn ich... Ich kann das hier wahrscheinlich irgendwie... Aus Hartholz gefertigte Modelle der Planeten unseres Sonnensystems. Genau kann ich das denn nicht hier irgendwo platzieren? Naja gut, wie das geht, werden wir dann im nächsten Part erfahren von Let's Play Black Mirror. Ich bin schon gespannt, was das für ein Rätsel ergeben wird, Leute. Und ich denke ja auch. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.